Hey, was geht? Es geht doch um eure Fragen. Ich habe vor morgen, am Mittwoch, bis dann wieder eine Zeit eine Frage zu stellen. Ich beantworte sie dann. Ihr könnt das auch für einen Community-Tab machen oder macht es auch gleich hier in diesem Video. Ja, ich mache da ein Video daraus. Was ihr Fragen habt, rundherein oder Community-Tab? Das Community-Tab ich schon seit ein paar Tagen drin habe. Erscheinend hat es auch keiner mitbekommen. Deshalb, ja, ich bin einfach um eure Fragen. Bis dahin, tschüss.